hallo und herzlich willkommen ist echt ein scheiß spruch auf meinem kleinen bla 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 alle sahen den gleichen kack schön dass ihr da seid wenn ihr neu seid freut mich dass ihr mich gefunden habt habt spaß ich habe hier zwei vier sechs booster von clash der rebellen ich brauch bei clash noch zehn karten der herr full art full art rembo-rembo-rembo-rembo-rembo-gold-gold die letzten woche ich jetzt habe noch so schauen ob sie uns was bringen die habe ich auch aus boxen alles ausverkauft also nehmen wir die gesamte werke außerdem brauche ich noch ein paar karten fangen wir an was sagt das allererste pack und der first pack magic bei sechs gucken wir mal und feiern was was maske regen ja beim regen zieht immer maske auf maske regen sania der überheiler gamukles natu elektek elektek mabula medite bremover in reverse und galamautsinger oder die olivia in full art interessiert mich am meisten danach die beiden gold ausrüstung und ja und die anderen natürlich auch aber olivia full art und sagen ja rainbow und ja rainbow wäre nicht schlecht feiern der waggon vonifras das kshatu was hat denn das medite skunkapu mabula wingol natu skalukin reverse und tana was tanato und dann machen wir mal anders heute machen wir haben mit kundra tics an iguana gramukles das licht Gala Garazón, Géraldine in Reverse, sehr schön. Rex Blazar, Trainingsplatz, der ist für euch. Schreibt mir gerne, wenn ihr da was schönes gezogen habt und seid nicht so fies und Klaas gleich immer gleich alle, sondern es gibt auch andermal welche auch. So von denen hier. Nehmt nicht alle. Nehmt nur jeden zweiten oder dritten, damit andere auch machen können. Wenn das Video jetzt ein paar Jahre alt ist oder ein paar Wochen, guckt so ich durch, ne? Kein Ding. Vielleicht hat jemand was vergessen. Vielleicht hat noch gar keiner geguckt. Pokéball. Vielleicht guckt auch jemand und holen sich gar nicht die Codes. Keine Ahnung. Oder vielleicht gucken sie nur die Codes. Ah. Philippa. Wann wird? Ja. Tempoenergie. Magma. Elektrek. Raffel. Schneebedeck. Natu. Geräumiger Heimer in Reverse. Und Scherops. Géraldine in Reverse. Géraldine in Reverse. Ja. Schelm, der was Böses dabei fängt. Immer nochmal so hier. Ein Doxel. Galapantimus. Ein Schneebedeck. Drosselgur. Ah ne, Dusselgur. Galaflampion. Sankbar in Reverse. Und? Oh, Selektbra in Hollow. Immerhin ne Hollow. Oh, ein Morpeco. Gibt so einige Karten. Die lassen sich viel einfacher und schneller auf dem Trödel verkaufen als andere. Oder? Wie zum Beispiel so Morpeco. Die Mamis lieben sie. Last Pack Magic. Was sagt es? Und wir haben von den 10 Karten. Wir brauchen noch nicht eine Einzelne. Nicht mal bei 6 Brüchtern. Aber wir haben auch nicht mal eine Einzelne. Nichts. Außer eine Hölle hier. Eine Hölle. Hier haben wir den für euch. Das ist, wenn man das aus Boxen und Tints und was weiß ich was alles kauft. Und sich keine Displays holzt. Aber Mann ey. Display ist immer so ein bisschen gleich so heftig. Stein. Horrorenergie. Navitaub. Das Nugget. Das Vulpix. Sollte das hier länger mit mir gehen. Ich glaube das erste was ich mache ist mir eine vernünftige Kamera holen. Sankuba. Valtobal. Iguana. Dusselgur. Skunktank. In Reverse. Jupp. Wir haben noch einen Hit. Ist nur ein Kubin. Aber wir haben Winter. Naja. Passt doch. Haben wir noch einen Hit. Wenigstens 1 aus 6. Kein Hammer. Na komm. Und passt denn der nicht? Na geht doch. Das war kein Hammer Hit. Aber wir sind jetzt etwas. Und immerhin eine Hunde noch dazu. Wie immer ich sage. Dankeschön. Fürs Zuschauen. Ich freue mich. Dass ihr da gewesen seid. Lasst gerne ein Däumchen da. Ein Abo. Ein Kommentar. Sagt mir wie dummig quatschen. Oder ob ich es weitermachen soll. Ansonsten. Bis bald.